Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trine 2. Hier in Folge 38 sind wir nun im Neuen. Laternen und Dekorationen waren überall aufgehängt worden, um die Heimkehr der drei zu feiern. Sie kehrten in der Taverne ein, um sich am Feuer zu wärmen und die neueste Kunde zu hören. Und Pontius, man ahnt es, sehnte sich nach einem großen Festmahl. Oh ja! Und sie haben Durst! Durst! Ich muss nach Hause zu Margaret. Ich habe genug erlebt. Ich habe genug von Drachen. Ganz schön leer hier. Wo sind denn alle... Ich habe das Gefühl, dass wir etwas vergessen haben. Mal sehen. Wir haben die Prinzessin gerettet. Wir haben die Kürbisse gerettet. Kobolde! Kobolde vor den Mauern! Versteckt eure Kinder! Ich seh ne Viole. Ich sehe einen toten Kobold. Tote Kobolde irgendwie! Was ist das? Achtung, brennende Fässer links. Achtung, gesprengte Kobolde rechts. Wo bin ich? Ich habe mich schon wieder nicht mehr im Blick. Ah, Mist. Das wär's. Da müssen wir eigentlich jetzt langen. Warte, ich guck mal. Wo bist du? Johann? Ich bin... hier. Im Fenster gewesen. Da müssen wir wahrscheinlich auch langen, ne? Bist du sicher? Äh, ja. Woanders geht's ja nicht lang, oder? Achso, ich dachte da ging's weiter. Obwohl, das wär auch Quatsch. Warte mal. Ich hab da nur irgendein paar Fiolen gesehen, glaube ich. Naja, die hab ich schon eingesammelt. Achso, alles klar. Gut. Ja, dann springen wir mal aus dem Fenster raus. Danke. Warte, brauchst du noch einen? Mhm. Au. Boop. Zieht der die Kiste weg? Ich dachte, der kriegt's hin. So. Wo die Mauern? Ah, da ist ja gleich noch eine Fiole. Hier ist noch eine Kiste mit einer Fiole. Oh, ich dachte, der kriegt's hin. Das ist ja einiges gewesen. Okay. Da ist noch mehr. Willst du schweben? Geh mal weg. Diese olle Planke weg. Geh... weg. So. Ja. Häng dich ran. Nicht, dann die... Bin Spiderfrau. Spiderfrau... Oui. Oh, ein Hebel. Warte mal. Was wohl passiert, wenn wir den drücken? Kannst du die Kiste hier noch kaputt schießen? Die hier. Äh... Ja. Okay, aber da war nichts drin. Schau. Ein Huhn! Bämms! Ah, schade. Hebel benutzen. Okay. Haarwuchsmittel auch benutzen, ist notiert. Los. Bleibt einfach erstmal in der Mitte stehen, oder? Okay, wie lange hält das? Eine Minute. Na, nicht so ganz. Von links kommst du ganz hoch raus. Ich kann den Hebel auch ziehen, wenn du willst, und dann ziehst du mich mit der Kiste hinterher hoch. Ja, fast, das schaffe ich so. Oder auch nicht. Hm. Du kannst von links rauf. Von links? Wie? Über die Planke. Da bin ich hochgelaufen. Welche Planke meinst du? Links ist so eine Planke. Hä? Welche meinst du? Links ist links. Das ist rechts. Ja, aber... Welche Planke? Ich seh da gar keine. Genau, wo du jetzt drunter stehst. Die da... Die hier. Kannst du so hochlaufen. Aha. Das hatte ich gemacht, das ging ganz gut. Die hochlaufen. Und dann auf das andere Ding hüpfen. Auf die Plattform. Gleich, wenn's wieder hochfährt. Fährst du wieder hoch? Die hier fährt nicht hoch. Das war ja das Ding, ja. Das ist doch dann ne Sekunde oben, oder? Ah, so meinst du das. Ja, natürlich. So funktioniert das. Oh, da muss ich schneller sein. Okay. Moment. Das haben wir gleich. Ja, sehr gut. Oh, gut. Ein Schwerkraftfeld macht ja auch noch so langsam. So, was haben wir denn hier? Ist das ein Katapult? Oh, der Trine. Nein, schnell weg. Bleib weg. Wo will er hin? Beeilung, los. Wir müssen die Mauern beschützen. Ach, Arsch. Komm, hier ist irgend so ein Katapult. Lass das mal benutzen. Ein Katapult? Ja. Kannst du das magnetisieren? Okay. Kiste. Ach so. Entschuldigung. Und jetzt? Es schieß. Hebel. Warte, hier ist ein Hebel. Ja. Ah, geil. Okay. Und jetzt nochmal. Boing. Boing. Was passiert? Das ist für uns zum Rüberschießen. Das kann ich besser. Ah. Das stimmt. Stirbt man hier unten? Ne. Hier kannst du Luftrohre zusammen basteln. Oh, da ist ein Kobalt. Ich bin auf dem Kobalt gelandet. Was? Das ist ein Kobalt? Komme. Okay, Moment. Oh, sehr gut, Timo. Hat er das darauf geprügelt? Er hat es darauf geprügelt. Oh, ich flieg mal eine Runde. Entschuldigung. Einer vielleicht nur. Alex, du machst das. Da muss man schneller sein. Uh, kaputt. Ja, ich schieß dich. Kein Problem. Ja, los geht's. Ready? Ready. Äh, achso, man muss nur warten, ne? Jo. Du, Tölpel nochmal. Was? Wie, Tölpel? Los. Und Feuer. Hä? Was kannst du eigentlich? Ja, lass dich mal schießen. Und auf die Kiste mit dir. Okay. Knacks. Boom. Ah, das funktioniert so nicht. Okay. Feuer mich. Schwerkraftfeld, komm schon. Los, Feuer mich. Timo, setz dein Schild ein. Feuer mich. Nein. Doch, das funktioniert nicht. Ich will auch fliegen. Warte. Machen wir gleich. Ja. Los, erstmal. Sehr gut. Da ist noch eine Fiole. Feuer mich. Wie geht das nochmal? Auf Kreis. Warte, hier sind noch ganz viele Fiolen. Guck, guck, guck. Warte, erstmal die hier. Seht ihr die? Geh mal weg mit der Kiste. Alex fliegt gleich. Und loslassen. Das funktioniert nicht. Ich sag's dir. Lame. Lame. Aber hau mal, deine Schwerkraftfeld hier drauf. Moment, ich brauch ne Kiste. Ach, warte. Shit. Warte, warte, nein. Nein. Uah. Hab ich sie. Da sind noch zwei. Durch geschwungen und runter. Ey. Ich dachte, ich komme dir entgegen. Ich treffe Johann. Du Hund. Oh, ich bin weg. Hilfe. Nein. Und da ist er. Weeeee. Autsch. Okay, nochmal. Komm. So, und für Timo. Okay, wie kriegen wir denn den Timo jetzt rüber? Wie wohl? Schwerkraftfeld. Hau drauf. Boing. Oder hättest du lieber ne Planke, Timo? Soll ich rüber? Ja. Hau raus. Na, Planke wär besser. Äh. Better Plank it. Moment. Tiefer, tiefer, tiefer. Jetzt. Tiefer? Nein, das funktioniert so. Okay. Hopp. Hopp. Ja, also. Awesome. Und weiter. Violen. Hm, Moment. Oh, die muss man sprengen. Ja, spring mal auf. Da ist ne Schatzkiste bei euch. Ui. Stimmt. Mach sie auf. Ja. Noch eins. Kommt zu Pennys Bäckerei? Für köstliches und Nascherei? Die Kuchen werdet ihr genießen. Die Torten lassen euch zerfließen. Oh. Kämpfen wir gleich gegen Torten? Oh, hoffentlich. Kuchen, Torten. Weißt du gar nicht, dass Penny auf dem Bäcker hat. Hörst du das auch? Da kommt was. Ach du Scheiße. Oh. Alter, was? Wohohoho. Da kommt noch was. Noch mehr von denen. Ich bin rüber gesprungen. Ich versuch's hier aufzuhalten. Und... Feuer! Boom! Oh, sorry. Shit. Ich hab' es gesprengt. Stirb du Koboldsau. Holt mich wieder. Hans, wir müssen Checkpoint finden. Komm. Jo, geht los. Ich hoffe es sind keine Schweine mehr hier. Waaaaaah. Oh, sorry. Das war ein Schwerkverfall. Das war ein Schwerkverfall. Boom! Nochmal? Kriegste. Ja. Dann kommt ja noch einer. Wuselig. Okay. Doch, die Schweine sind lustig. Nein. Lieber nicht. War zu viel. War... Da hast'n Checkpoint. Da hast'n Checkpoint. Wo ist der Checkpoint? Rechts oben. Okay, bin gleich da. Oh, Mann. So viele Sprengfässer. Danke, Johann. Kein Problem. Wo seid ihr? Johann! Na, pass auf. Wo ist der Gegner? Wer will sonst noch gesprengt werden? Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Pfeift für die Feuerwehr. Eine Kiste. Spreng weiter. Gut. Alles in die Luft gehen. So, was... Rauchen im Bergwerk. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Der Levelfallenerven. Das tut er. Tja. Okay, dann löschen wir gleich mal das Feuer. Ja. Wie denn? Moment. Ah, mit dem Wasser hier. Ah, ich glaube das... Ah, moment. Okay, das hält nicht so lange. Oh, Moment, hier ist auch noch was. Was hält nicht so lange? Hol dir erstmal die Fiolen da. So, Moment. Sonst, Timo, bleib mal, geh mal von der Plattform runter und stell dich auf die hier. Oh Gott, da sind immer mehr Fiolen hier oben. Okay, sollen wir vielleicht doch nochmal da oben hin? Ja, kommt mal hoch. Warte. Äh, du versperrst sowieso irgendwie grad den Wasserweg. Hä? Ach so. Wieso kommt kein Wasser? Äh, wo bin ich denn? Du bist hier. Ach, da bin ich? Was mach ich denn da? I don't know. Der Wasserweg ist versperrt, weil das so langsam fließt jetzt. Ach so, ja, dann... Warte. Schaffst du? Ja, klar. Gut. So, gucken wir dann erstmal oben nochmal nach, ob da tatsächlich noch mehr Fiolen sind. Das hast du verdient. Du hast das verdient. Ja, hab ich das. Mist. Geh rauf. Hoch rauf. Ihr müsst rauf. Wo wollen wir denn hin? Nach oben. Ganz oben, da wo das Wasser raustropft. Und da muss man springen, damit man draufkommt. Ja, sonst schieß mal gegen die Kiste mit deinen Feilen, genau. Oder schieß mal hier gegen. Das wäre besser. Wollt ihr gar nicht das Feuer löschen? Doch, aber wir wollen hier oben nochmal nach Fiolen gucken. Ne, ich glaub da ist wirklich gar nix mehr. Weil eben hab ich da immer weiter Fiolen eingesammelt. Ja, aber sieh mal, da ist nix mehr, Aira. Ja, das sagst du jetzt so. Da waren aber eben noch Violen. Siehste, da war wieder einer. Ah, tatsächlich. Okay. Dann sollten wir doch versuchen da hochzukommen. Ui. So, Timo. Ist halt dummerweise ein bisschen glitschig. Ja, aber dann wird's ein bisschen... Ach, Mist. Komm her, Timo. Ne, warte mal. Warte, warte, warte. Das kriegen wir hin. Timo. Wohin? Soll ich denn da hoch? Schaffst du da hoch? Ja, natürlich. Schaffst du das? Okay. Gut, jetzt können wir oben nachsehen. Es scheint nix zu sein. Das war's. Okay. So, jetzt stellt sich mal einer hier hin. Oh, das Feuer ist heiß. Ja. Wohin, Johann? Okay, hier stellt sich einer hin und Alex macht die Blase da weg. Ja. Ja. Nein, nicht darauf. Warte. So. Machst du noch ne Planke? Ah, Mist. Mach das Feld hier hin oder so. Das ist grad sehr... Obwohl... Warte, das funktioniert grad. Du sollst ne Planke machen. Ne Planke, um das Feuer zu löschen. Ah, ich wollte das eigentlich bei den Dingen hier so machen. Ah, so geht's auch. Die Planke brennt. Na. Macht nicht. Sieht gut aus. Jupp. Das wär's. Ah, was soll denn das? Oh, das fängt wieder an zu brennen. Ja? Oh nein. Weiß ich nicht. Komm her jetzt, Johann. Komm mal. Ja, ja, Moment. Das Feuer sieht schon echt gut aus, ne? Was soll man sagen? Da. Oh, danke. Wiii. Ein Kobold. Ein Kobold. Ein Ex-Kobold. Komm man hier runter? Okay. Da kann man runter, ne? Jupp. Hol die Kiolen. Hier ist das gefährlich. Bist du tot? Nein. Wo bist du? Hier bin ich. Oh, da unten ist es wirklich gefährlich. Ich bin fast tot. So, Moment. Ähm, hm, kann man da sprengen? Das ist mein Stichwort. Was denn sprengen? Was willst du denn entsprennen? Ja, ich komm hier grad ein bisschen... Steck ich grad fest. Sollen wir dir helfen? Das wär ganz gut. Uaaaah, nein, das war doof. Egal. Hol mich irgendwann wieder. Oh. Da geht er down. Da ist er weg. Oh, Moment. Ich hab mich in die Kugel geschmissen für dich, Timo. Alles klar. Ja, dann würd ich sagen, lauf ich da mal schnell rüber. Wo ist denn der nächste Checkpoint? Sieht da schon jemand? Nein, nö. Aber das können wir ja in der nächsten Folge rausfinden. Ja. Alles klar. Okay, dann... Hauptaufgabe ist erstmal den nächsten Checkpoints. Joa, kriegen wir hin. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss. ivities. 팀